Heute Morgen ist ein spezieller Gottesdienst. Gut, jeder Gottesdienst ist ja speziell. Das erste, was speziell ist, ist, dass wir heute nicht rund um das Kreuz in unserer Predigtserie unterwegs sind, obwohl Sie glauben, wir werden auch das Kreuzesgeschehen auf eine persönliche Art und Weise tangieren. Nein, heute Morgen ist ein sogenannter Talkgottesdienst. Und so ein Talkgottesdienst hat ein Thema. Klarsicht trotz Sehbehinderung. Das ist ja mal das eine. Ich merke so langsam auch, dass ich immer schlechter sehe. Da muss Linso immer wieder die Korrektur neu anpassen. Aber zu speziellem Talkgottesdienst ist natürlich der Talkgast. Und wir haben heute Morgen Matthias Wüterich bei uns, der uns auf eine persönliche Art und Weise erzählt, wie er trotz Sehbehinderung ... Neues Leben, neue Werte im Leben gefunden hat. Und er nimmt uns mit hinein in seine Biografie. Und das wird sehr spannend werden. Bei den einen rufen sie vielleicht schon. Und ich denke, Matthias Wüterich, irgendwie kommt mir das vertraut vor. Es kann gut und gern sein, dass ihr, wenn ihr in der Nähe von Burgdorf wohnt, die Zeitschrift, die Zeitung Hope Emmental auch im Briefkasten hatte. Und in der letzten Ausgabe im November ist Matthias porträtiert worden. Also das könnte mal ein Bezugspunkt sein. Oder der andere, innerhalb unserer Bewegung Plus, ist natürlich Matthias nicht ein Unbeschreibungsblatt. Er ist nämlich Pastor der Gemeinde in Konufingen und hat sogar noch einen Bezug aus frühen Zeiten hier zum CLZ. Schön, dass du hier bist, Matthias. Geben wir doch ihm einen Vorschuss-Applaus. Und ich bitte dich, dass du doch führenkommst. Ja, Matthias würde ich kurz noch etwas vorstellen. Du bist jetzt mittlerweile auch 50 Jahre jung geworden. Heute Morgen hat jemand gesagt, der neben mir und ihm durchgelaufen sei, ob er jetzt mein Nachfolger sei. Du bist 50 Jahre jung, du wohnst in Schüppbach, im oberen Emmental. Du bist verheiratet mit Katharina, hast zwei Teenager-Kinder. Also so eine halbe Erwachsene, kann man sagen. Eine Tochter und ein Sohn. Du bist gelehrter Pösteler. Eben, wie ich gesagt habe, Pastor in der Bewegung plus Konufingen. Und freischaffender Coach. Und seit neuesten Dingen ist er auch Mentor im Professional. Was uns natürlich sehr freut. Ich habe erwähnt, Matthias, das Thema ist klar, dass du trotz Sehbehinderung, respektive du neue Werte im Leben gefunden hast. Also es geht um Werte im Leben. Letztlich geht es ja auch um lebenswertes Leben. Darauf werden wir dann im Verlauf unseres Gesprächs noch schneller eingehen. Der Grund für das Thema, und dass das Thema heute auch gebaut wurde, ist deine Einschränkung. Und um Himmelsgottes Wille, sag doch mir als Unwissenden, was das ist. Zapfedystrophie. Genau, das ist ein sehr schwieriges Wort, wenn man es so hört. Zapfedystrophie. In beiden Augen, im Zentrum des Augen, bildet sich meine sehr schärfe sukzessiv zurück. Also, ich kann die Dinge nicht mehr scharf kennen. Das heisst, ich kann immer noch alles sehen. Aber ich sehe alles unscharf. Genau. Und im Zentrum des Augen gibt es Stäbli und Zapfli. Die Stäbli sind zuständig für die Wahrnehmung von Hau und Urkuhheit. Und Zapfli sind zuständig für die Dinge zu fokussieren und dann eben scharf zu sehen. Genau. Du bist im Emmital aufgewachsen. Verzähl uns doch etwas aus deiner Biografie, aus deiner Kindheit. Ja, ich bin als ältester Sohn von zwei Schwosten auf die Welt gekommen. Auf einem kleinen Bauernhof. Eben wirklich im Emmital, zu hinten schon fast, im Schüttbach. Und ich durfte eine sehr coole Kindheit erleben. Natürlich so auf einem Bauernhof aufzuwachsen ist so cool mit dir. Und ja, man konnte viel lernen. In dem, dass man einfach voll integriert war. Im Arbeitsablauf des Lebens. Und das habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen. Du bist ja schon seit jeher ein aktiver Mensch gewesen. Und das ist ja schon in deiner Jugendzeit wirklich zum Ausdruck gekommen. Ja genau. Als ich aus der Schule kam, wollte ich einfach das Leben entdecken. Und ähm, bin schon ab dem Donnerstagabend ausgegangen. Dann hat für mich schon das Wochenende angefangen. Bin sehr viel unterwegs gewesen. Sehr viel Beziehung auch gepflegt. Alles, was irgendwie mit Sport zusammengehängt hat, hat man mich gewinnen dazu. Ich bin so zwei Mal in der Woche als Quo spielen. Ähm, bin als Snowboard- und Skilehrer unterwegs gewesen. Wo mir Arbeitsgeber sogar die Möglichkeit gegeben hat, dass ich selber machen konnte. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass mal jemand mir angerufen hat und sah, hey, nächstes Wochenende, Riverrafting in Lutherbrunnen. Bist du dabei? Ja klar bin ich dabei. Alles, was irgendwie mit der Abenteuer zusammengehängt hat, bin ich einfach dabei gewesen. Und ich habe es geliebt. Wirklich geliebt, so richtig. So rauszulassen. Und wer es auch hier kennt, weiss ja, dass unmittelbar neben Schüttbach ja noch das Rebloch, oder? Das wäre natürlich die andere. Ja genau, dort sind wir auch ein Paar zweimal durch. Ehrlich? Ja. Okay, nicht bleiben stecken. Nicht bleiben stecken, nein. Gut. Ja, sonst wärst du ja jetzt nicht da. Genau. Ja, nachher, das Millennium, das Jahr 2000, ist für dich ein ganz wichtiges Jahr gewesen. Dann bist du, dann könnt ihr dann selber zusammenrechnen, 26 Jahre gewesen. Und dann hast du deine zukünftige Frauenlehrer kennen. Und dann haben sich für dich, wie könnte es auch anders sein, neue Zukunftsperspektiven aufgetan. Und plötzlich, vom einen auf den anderen Augenblick, bist du mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert worden. Was ist da passiert? Genau. Wir waren an einer Hochzeit, bei einer Hochzeit von Freunden von uns. Sie waren dort beim Apera eingeladen. Und dann sind wir dort an den Tisch gegangen, von diesem Apera. Und mir damals, zum Mal Verlobten, ist aufgefallen, dass ich sehr nah an diese Sachen ging. Es gab ganz viele gute Sachen. Und ich wollte sehen, was es alles hat. Und er ist das aufgefallen, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte, hey, du gehst das Zeug so nach. Ich schaue an, was ist eigentlich los? Geh doch mal zum Augenarzt. Und ich hatte so ein Gegengenau das Gefühl, ja, das ist nicht so tragisch. Und ich hatte das Gefühl, ich will jetzt noch keine Brille. Das geht schon noch so. Genau. Aber irgendwann ist es ja gar nicht mehr anders gegangen. Du hast es vorhin erwähnt, dass du mal zum Augenarzt bist gegangen. Und was ist da rausgekommen? Genau so nach etwa drei, vier Wochen später, habe ich einen Verkehrsunfall gehabt. Ich bin bei einem hinten in das Auto gefahren. Und das hat dann bei mir selber wie einen gewissen Alarm ausgelöst, wo ich gewusst habe, hey, jetzt muss ich auch wirklich zum Augenarzt. Weil ich ja die Rücklichter des Autos einfach viel zu spät erkenne. Und so habe ich mich wirklich aufgemacht, für einen Termin abzumachen mit dem Augenarzt. Und bin dann zu dem Augenarzt gegangen. Der hat die Augen untersucht. Es war schon erschreckend, dann eigentlich zuerst einmal so zu sehen, wie schlecht er sie wirklich sah. Und dann hat er die Augen untersucht und festgestellt, dass solche beiden Sehnerven eine Verfärbung ist. Und dass man das mit einer Brille nicht korrigieren kann. Und dann ist das dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Also er hat mir dort schon eine gewisse Diagnose gegeben, dass ich so schnell wie möglich in das Innsospital muss, auf Verdacht wegen Hirntumor. Und das ist dann alles sehr, sehr schnell gegangen. Und ich war natürlich sehr, sehr froh gewesen, dass ich nicht einen Hirntumor hatte. Aber die Untersuchungen sind auch weitergegangen. Und dann hat man eben die Diagnose bekommen, die Zapfedystrophie. Meine sehr schärfe, die sich sukzessiv schubweise zurückbildet. Das ist noch verrückt, oder? Es war ja eigentlich auch noch vor eurem Hochzeit. Und die niederspätelnde Diagnose. Das ist ja das eine. Das Gehör überkommt, man sieht es nicht mehr gut. Aber das war ja nur der Anfang. Man hat dir gesagt, das wird eben, wie du sagst, sukzessiv dein Sehvermögen abnehmen. Und was hat das mit dir gemacht? Und dann auch kurz vor dem neuen Lebensabschnitt mit Katharina zusammen, eine niederschmetternde Diagnose bekommen zu haben. Der erste Moment war natürlich schon ein riesen Schock da gewesen. Und trotzdem, wir waren frisch verliebt in der Hochzeitsplanung. Wir haben uns mega gefreut auf diese Hochzeit. Und ja, wir waren voll am Planen gewesen. Ich wusste, dass wir nach der Hochzeit nach Südafrika gehen werden. Und so habe ich sicher einen grossen Teil von dieser Diagnose verdrängt. Und er sah, dass das schon irgendwie gut kommt. Und doch wusste ich, dass weitere Untersuchungen folgen werden. Und die sind dann auch gekommen, die weitere Untersuchungen. Und dann habe ich in dieser Zwischenzeit auch gemerkt, dass sich wieder etwas verändert hat. Und ja, habe dann einfach vier Tage vor unserer Hochzeit den Bericht bekommen von den Ärzten, dass ich nicht mehr auf Auto fahren darf. Dass ich auch meine Tätigkeit als Briefträger nicht mehr machen kann. Oder einfach auf der Post arbeiten kann. Und das war dann schon sehr hart. Denn dann ging es dann auch wirklich ins Leben. Da wusste man wirklich, dass jetzt eine grosse Veränderung kommt. Und trotzdem bist du ja nicht irgendwie in ein riesiges Loch gefallen. Du bist ja, glaube ich, schon dann in dieser Zeit teilzeitlich als Pastor angestellt gewesen in Langnow. Warum bist du denn nicht da gerade in ein tiefes Loch gerasselt? Ja, natürlich, als ich die Diagnose bekam, wusste ich, dass es ein Gott, der Wunder tun kann. Es ist ein Gott, der in schwierigen Zeiten mich durchträgt. Und das war auch unser Halt. Meiner oder Katharina, ihr Halt. Dass man einfach sieht, dass man sich nicht von dieser Situation bestimmen lässt. Es gibt eine Perspektive für Heilung. Es gibt eine Perspektive, dass Gott eingreifen kann. Und doch habe ich gemerkt, so in der Flitterwoche in Kenia, wo ich gewusst habe, ich komme zurück nach diesen Flitterwochen. Ich hatte absolut keinen Plan. Ich wusste nicht, wie es wirklich weitergeht. Es ist immer nachgekommen. Es hat verschiedene Gefühle ausgelöst. Und in dieser Abhängigkeit von Gott sei, ist es nicht einfach gefallen. Und doch habe ich es versucht. Wir sind ja dann noch weitergereist, nach Südafrika hinaus. Und das doch auch vor einem Hintergrund von Mutigung. Ja, genau. Wir sind auch vor neun Monaten auf Südafrika. Und in dieser Zeit, oder einfach bevor wir gegangen sind, haben wir von ganz vielen Leuten wirklich den Zuspruch bekommen. Wir haben gesagt, hey, hebt in dieser Heilung fest. Gott wird etwas tun. Gott wird Wunder tun. Lässt einem Zweifel nicht Raum. Und es hat sogar eine Person gesehen, dass wirklich in Südafrika etwas Besonderes passieren wird. Und so mit dieser Hoffnung und mit dieser Perspektive sind wir nach Südafrika gegangen. Und ja, in dieser Überzeugung, dass Gott etwas wird tun. Dass Heilung wird geschehen. Das Wunder wird passieren. Und eben, da seid ihr gegangen wirklich mit sehr viel Hoffnung und ermutigend, dass jetzt da ein Wunder passieren könnte. Und dann ist ja das so nicht passiert. Erzähl uns mal ein wenig von dem. Genau. In der Zwischenzeit, in der die Ermutigungen kamen, um dann nach Südafrika zu gehen, war bei mir vor allem sehr stark der Gedanke da gewesen, dass ich Gott beweisen muss, dass er mich heilen kann. Und ich habe alles daran gesetzt, dass ich Gott sagen kann, hey, ich beweise dir, dass du mich heilen kannst. Also, das hat angefangen mit sehr viel Proklamieren über mein Leben, die Heilung zu proklamieren. Das ging weiter mit Gebete und Fasten. Und, ähm, wie mehr, dass ich in das hineingegangen, wie mehr, dass ich Gott beweisen wollte, wie grösser der Druck wurde. Und vor allem ein enormer Stress so, weil nichts passiert ist. Es ist nichts sichtbar geworden, von dem, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und das ist dann ziemlich stark geworden in meinem Leben. Also wirklich einfach ein Stress und ein Druck. Also hat dieser Druck mit dir vor allem zu tun gehabt, oder ist das zum Teil auch äusser Druck gewesen? Also ich denke, es war eine Mischung von, ähm, von aussen, so wie mir innerlich, als ich mir einen Druck gemacht habe. Also ich denke, ähm, die Ermutigung von vielen Leuten ist so gross gewesen, und die auch mit mir geglaubt haben, dass ein Wunder passiert. Dass ich natürlich mir selber ja gesagt habe, ja, ich will dem nicht im Weg stehen. Ich muss alles dransetzen, oder? Und irgendwann konnte ich an diesem Druck nicht mehr standhalten. Und dann bist du wirklich dir quasi zusammengebrochen. Ja, genau. Ähm, so wie mir das natürlich zum Ende kam von dieser Zeit in Südafrika, wie grösser ist dann der Druck geworden. Und ich habe mir so gewünscht, dass Gott ein Wunder tut, und dass sie wie geheilt, ich kann zurück in die Schweiz gehen. Und, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, so zwei Wochen bevor, dass wir dann wieder sind, äh, losgeflogen, von Südafrika, als ich in einem Gottesdienst war. ich bin wirklich innerlich so weit zerbrochen. Ich habe, ich habe, wie nicht mehr können. Ich bin emotional so am Ende gewesen. und habe einfach nur noch gerannt. Und habe, wie auch, in diesem Moment, wie, wie keine Perspektiven mehr gehabt haben, wie soll es weitergehen, wenn ich zurückkomme in die Schweiz. Und, ähm, in diesem Gottesdienst ist dann eine Person zu mir gekommen und hat mir so wieder den Zuspruch gegeben, Hey, Gott hat schon lange gesehen. Er hat schon lange deine Not gesehen. Er hat schon lange deine Bemühungen gesehen für die Heilung. und hat mir so wie gesagt, Hey, lass es los. Lass den Druck los. Lass den Stress los. Gott wird mit dir kommen. In die Situation hinein. In die Zukunft hinein. Und er hat dann noch eine ganz starke Aussage gemacht, die vor allem für mich sehr, sehr wichtig war in diesem Moment. Du genügst. Es reicht. Und, ähm, dass ich ihm zum ersten Mal so einen Frieden gespüren in dem, dass ich so loslassen durfte, und einfach wissen, ja, Gott kommt auch mit mir, auch wenn ich jetzt nicht geheilt bin. Ja, wir haben es gerade förmlich gemerkt, es hat eine gewisse Entlastung gegeben in einer sehr herausfordernden Situation, wo ein bisschen Luft gegeben, aber kaum hast du ein bisschen Luft gehabt, ist schon die nächste Herausforderung für euch auch, als Ehepaar auf euch zukommen. Stichwort, Zwangerschaft. Genau, etwa so zwei Jahre später, also ich muss vielleicht noch sagen, dass ich, ich bin auch so zurückgekommen von Südafrika, und, und habe gewusst, ja, Gott geht mit mir auch jetzt in dieser Situation als Sehbehinderten. Und doch, ähm, ist weiterhin ein Kampf da gewesen, zu akzeptieren, dass, ähm, dass ich eben Behinderung hatte, auch zu akzeptieren, dass ich im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt bin, also, dass ich eben eine Einschränkung hatte. Und dann, etwa so anderthalb Jahre später, mussten wir feststellen, dass wir nicht auf natürlichem Weg eine Familie gründen können, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und das war dann nochmal so ein Schlag, einfach vom, ja, vom Gedanken, was macht er eigentlich noch wert? Also, ja, was macht denn noch Sinn, wenn du nicht mal Vater sein kannst, wenn du nicht mal eine Familie gründen kannst? Und das war nochmal eine sehr schwierige Zeit, weil ich gewusst habe, ja, klar, es braucht immer zwei, für schwanger zu werden, aber, aber ich habe gewusst, als Mann, ähm, ähm, tut man das vielleicht noch etwas anders wert, als Züger? Und, ja, es hat an meinem Wert gekratzt, irgendwo. Und, ähm, da habe ich und meine Frau, wir müssen einen Weg zusammengehen, und das war ein schmerzhafter Weg. Und doch, wenn ich jetzt zurück schaue, ähm, ist das ein Prozess gewesen, vom Warum zum Wozu. Also, wir haben plötzlich die Frage, warum können verlassen? Und das ist für uns so zu haben, Erlebnis gewesen. Und, und dann zu dem, wo zu kommen, und wir haben jetzt zwei Kinder aus Äthiopien adoptiert, wo, wo mir eine Zukunft geben können, wo wertlos, sie gewesen, in diesem Land, in den Umständen, wo sie, wo sie darin geboren sind. Und, dort haben wir wieder Sinn gefunden, und es ist eben zu einem Wozu geworden. Und es ist sehr, sehr wertvoll, einfach, dass so diesen Prozess dürfen, im Nachhinein zu sehen, ja, es war schmerzhaft. Und, da hören wir ja etwas heraus, das war ein langfristiger Prozess gewesen, das ist nicht etwas, was innerhalb von Wochen oder Monaten passiert ist, dass sie Jahre in die Lande gegangen sind. Und, ähm, wie ist so die Gesamtentwicklung von dieser Sehbehinderung weitergegangen, wie ist der Stand heute? Also, heute ist es so, dass ich ab zwei Meter eine Person nicht mehr erkennen kann. Also, ich sehe einfach, äh, einen Schatten, einen Grundriss von dieser Person, aber ich könnte nicht mehr sagen, wer das jetzt ist. und, ähm, dementsprechend, ja, ist mir einfach ein gewisses Hindernis ausgesetzt. Und doch bin ich sehr, sehr dankbar für all das, was ich noch kann. Also, ich habe sehr, sehr gute Betreuung, von Beratungsstelle für Sehbehinderte im Kanton Bern, wo, wo ich, äh, eine Sachbearbeiter, als Sozialarbeiter habe, wo mich begleitet, wo, wo mich unterstützt. Ich habe da mein, mein Signalstock, den ich vor allem brauche, wenn ich, äh, in den öffentlichen Orten unterwegs bin, muss mich immer noch ein wenig anfreunden mit ihm. Ähm, weil es ist halt wirklich ein klares Zeichen, dass sie, dass sie, dass sie signalisieren, dass ich eine Behinderung habe. Aber sonst habe ich ganz, ganz viele gute Möglichkeiten, durch die heutige Technik, Hilfe natürlich auch. Also, mein Handy, kann mit mir reden, ich kann Sprachnachrichten verschicken. Das ist also ein riesen, riesen Vorteil aus einer sehr behinderten Person. Ja, man ist, ich kann es ein wenig heraus spüren, dass, viele Sachen, die für uns selbstverständlich sind und einfach ganz normal sind, sind für dich eine riesen Herausforderung. Und das ist natürlich auch immer mit Kraft und Energie verbunden. Was hat das für Auswirkungen ganz konkret auf dein Leben, auf deine Lebenskadenz und wie du das Leben führst? Also, was ich, in meinem Leben zu lassen musste, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bedürftig zu sein. Es zuzulassen, dass man gewisse Sachen nicht einfach schnell, schnell machen kann. Das ist etwas, was ich auch geliebt habe. Hurtig schnell alles erledigen. Und zum nächsten und hin und dort. Und das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Ich muss mir Zeit einrechnen, die ich einfach länger habe als jemand anderes. Und das dann auch einzustehen. Das sind alles Prozesse. Oder auch, wenn ich einkaufen gehe, ich gehe gerne immer am gleichen Ort hin. Weil dort fühle ich mich sicher. Ich tue mir eigentlich alle Gefahren, die ich irgendwie kann, tue ich mir abspichern. In meinem Kopf. Und wenn ich in eine Lade hineingehe, dann weiss ich genau dort und dort sind Gefahren, wo ich darauf achten kann, dass es nicht zu einem Unfall kommt. oder mich stocken oder irgendwie etwas passiert. Und das sind alles Sachen, die mit Herausforderung verbunden sind. Oder wo man immer wieder eingestehen muss. Ja, es kann auch peinliche Situationen geben. Es kann auch wirklich Sachen geben, die wirklich blöd sind. Aber das gehört einfach dazu. Also ja, das gehört zu meinem Leben. Genau, das gehört so etwas zum Ässeren von deinem Leben. Und was hat die ganze Entwicklung mit dir selber innerlich gemacht? Emotional und psychisch? Mir ist sehr stark bewusst worden, über all die Jahre, dass ich nicht ein Opfer der Geschichte bin. Sondern, dass meine Geschichte auch Möglichkeiten schaffen kann, die für mich, für mein Leben Bereicherung sind. Aber auch eine Bereicherung für andere Menschen sein. Und in diesem Zusammenhang ist mir vor allem auch ganz, ganz wichtig geworden, dass wir Menschen alle irgendwo bedürftig sind. Wir Menschen sind bedürftig. Wir brauchen einander. Und wir haben alle irgendwo auch unsere Schwachheiten. Und das können einzustehen. Dass ich bedürftig bin. Das war für mich ein ganz wichtiger Prozess in meinem Leben. Weil ich glaube, das hilft auch das Bedürfnis von meinem Gegenüber besser zu erkennen. Und jeder Mensch möchte eigentlich ernst genommen werden in seinem Bedürfnis. Und was ich mir auch ganz stark die Frage gestellt habe. Ja, was gibt Wert im Leben? Was ist wertvoll? Und auch dort habe ich festgestellt, jeder Mensch sucht nach Wert. Jeder Mensch möchte eigentlich auch, dass man diesen Wert einander zuspricht. Genau. Und da ist es ja zu einer ganz speziellen und da würde ich sagen einschneidenden Begegnung gekommen, die du hast gemacht mit der Simea Schwab vor langer Zeit im Professional. Auch Matthias hat mal als Professional gemacht. Darum ist er jetzt auch Mentor. Erzähl uns doch etwas über diese Begebenheit. Ja, genau. Ich habe 2010 bis 2014 das Professional gemacht. Und es war unter anderem das Wochenende über das Menschenbild, wo Simea den ganzen Tag über das gesprochen hat. Und ich habe Simea Schwab nicht gekannt. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und ich habe es am Morgen entdeckt, gesehen. Und ich war schon sehr überrascht. Vor allem nicht von ihrer Behinderung, die sie hatte. Sie sieht man, sie nimmt man wahr. Ich war überrascht über ihre Ausstrahlung, die sie hatte. Und dann am Morgen ein Seminar, wo sie über das Menschenbild geredet hat. Das hat mich so gefesselt, einfach ihre Ausstrahlung als schwerstbehinderte Person über das Thema zu reden. und zu erkennen, was das heisst, was Gott über uns Menschen denkt und wie er uns sieht. Und ich weiss inhaltlich nicht mehr was, aber ich war einfach total begeistert und berührt von ihrer Art und Wesen, wie sie das in ihrer Situation weitergegeben hat. Vielleicht kannst du noch zwei Stichworte sagen zu Simea, also zu ihrer Behinderung. Ich bin ganz sicher, ob sie alle präsent sind. Simea ist schwerstbehindert, hat keine Arme, hat verstümmelte Beine und hat einfach zwei Füsse. Und sie ist im Raufstuhl, sie kann nicht laufen, sie ist mit dem Raufstuhl unterwegs. Und sie ist Theologin und verkündigt das Wort Gottes überall. Genau. Und dann kam es ja noch zu einer persönlichen Begegnung. Matthias hat es irgendwie arrangiert, dass er zusammen zu Mittag gegessen hat. Und was ist da nachher passiert? Also es ist dann noch im Zusammenhang mit dem Mentoringbericht und wo sie dann in Mentoringgruppen da noch miteinander austauscht haben. Das finde ich noch einen spannenden und wichtigen Aspekt. Ja, mit Simea durfte das Mittagessen und sie ist so neben mir gehockt und hat mit ihren Füsse, wo sie sich pflegt, wo sie schreibt, wo sie zeichnet, wo sie sich schminkt, hat sie Salat gegessen und ich habe das so beobachtet. Und das hat mich so zu Täusch berührt und auch beschämt. Einfach über ihre Situation, wie sie mit diesem umgeht und ich mit meiner Sehbehinderung, wo immer noch Zweifel an meinem Wert, wo mich selber runter machen, zum Teil auch genüge Ideen aus Behinderten in dieser Welt. und sie einfach so erleben dürfen. Und dann hat sie im Gespräch eine Aussage gemacht, die mich wirklich zu Täusch berührt hat, in dem, dass sie sogar wie ausgesprochen hat, wir als behinderte Menschen, wir sind wertvoll, wir sind trotz Behinderung wertvoll und können sagen sein für andere Menschen. Und das habe ich in diesem Zusammenhang noch nie gesehen für mich und auch noch nie wirklich so gehört. Weil, ich habe ja immer versucht zu glauben, dass Gott mich hält, dass ich wieder das kann sein, wo man eigentlich sein sollte. Und das war ganz stark. Und dann mussten wir das für uns als Studenten reflektieren und das dann einem Mentor einschicken. Und ich hatte das Vorrecht, vier Jahre mit Mathias unterwegs zu sein. Und ich habe das für mich reflektiert und habe den Bericht für mich einfach die Begebenheit nochmal aufgeschrieben und geschrieben, dass mein Leben lebenswert ist. Und das ist für mich das erste Mal, als ich das über mein Leben ausgesprochen habe und dann aufgeschrieben habe. Und am Freitag, beim nächsten Schulblock, war Mentorin. Und Mathias hat das nachher auch etwas zelebriert, wie er das kann. Er ist aufgestanden in der Gruppe und er sah, dass man mal hören muss, was Mathias da geschrieben hat. Und er hat das nochmal einfach so laut vorgelesen und ich habe meine eigenen Worte noch einmal so gehört. Und es war dann für mich wirklich so wie ein Durchbruch in meinem Leben. Dann ist wirklich nochmal Heilig geschehen. Alle Emotionen sind nochmal einfach wie hochgekommen. Und ich habe gemerkt, hey, das will ich wirklich glauben. Ich will wirklich glauben, dass mein Leben wertvoll ist. Und dass es ein Segen sein kann für andere Menschen. Und ähm, von dann hat sich mein Leben noch einmal ganz krass zu verändern durch die Begebenheit. Und wie hat sich das näher gezeigt, die Veränderung in deinem alltäglichen Leben? Ich denke vor allem das Ausbrechen aus dieser Opfer-Rohen. Ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte, sondern ich darf glauben und vertrauen, vor allem auch, dass Gott aus meiner Geschichte etwas macht, was dann wieder für andere Hoffnung geben kann. Oder neue Perspektiven. Und das ist für mich dann auch so der Weg gewesen vor innerer Heilung und von Versöhnung mit meiner eigenen Geschichte. Mit dem, was halt passiert ist oder gelaufen ist. Einfach das können noch einmal auf einer tieferen Ebene wahrzunehmen. sagen, hey, ich bin nicht ein Opfer, sondern ich darf ein Segen sein. Und so ist mir auch bewusst worden, dass das Thema Heilung, wo ich mich ganz stark damit auseinandergesetzt habe, hat plötzlich ganz andere Facetten bekommen. Weil Heilung kann sich so nur auf E-Richtung ausrichten. dann nämlich, man will einfach ein Wunder sehen. Und ich habe plötzlich gemerkt, eine körperliche Heilung zu erleben ist etwas Wunderbares. Es ist ein riesen Geschenk. Und doch glaube ich, dass auch Heilung in unserer Seele geschehen kann, wenn das Zerbrochnigen, das Schwachen, das Bedürftigen ernst genommen wird, wahrgenommen wird, tragen wird, gehalten wird. Wenn das passiert, in der Gemeinschaft, dass das gerade so heilsam ist. Oder vielleicht sogar noch heilsamer kann sein. Noch fast ein grosses Wunder kann passieren in der Seele von einer Person, die zerbrochen ist, die bedürftig ist. Und dann sind wir eigentlich wieder dort, dass das ja jeder braucht. Also, jeder braucht so einen Ort, wo er sein Bedürftig sein darf Ausdruck geben, und er tragen wird und er ernst genommen wird. Absolut. Simea hat ja verschiedene Bücher geschrieben. Seine letzte Ausgabe ist noch gar nicht so lange her, als wir den Vernissarci sahen. Ein Buch trägt der Titel ins Leid gepflanzt, ins Glück gewachsen. Und der Titel sagt dir etwas. Ja, der Titel, der hat mich dann auch über manches Jahr begleitet, begleitet mich auch jetzt. Simea, eine Frau, unbeschreiblich, was sie erlebt, mit einem Körper geboren, der wirklich ein Leid ist. Und doch dürfen sie sehen und erleben, durch ihre Ausstrahlung und durch das, was sie weitergibt. sich zu versöhnen mit einem Schöpfer, was er liebt, was er trägt, was er versorgt, was er immer wieder Hoffnung und Perspektive gibt. Das überwältigt mich. Und ich glaube einfach, dort ist eine riesige Kraft und ein riesiges Geheimnis, dass wenn wir von unseren irgendeinen Schwachheiten wegschauen können, auf diesen Gott im Wissen, er will uns genau dort brauchen, er will uns genau für andere Ermutigung sein und eine Hoffnung sein. Das finde ich, das verkörperte Zimea einfach mega, mega stark. Auf Ihrer Homepage ist ja der Slogan ermutigt und begeistert leben. Und das kann man ganz gut von dir auch sagen, was ist dein Herzensanliegen? Was willst du mit deinem Leben verkörpern? Also ich bete jetzt schon seit längerer Zeit, dass mein Leben einfach ein Wegweiser darf sein, ins Herz von Gott. Und gerade was die Sehbehinderung angeht, schafft immer wieder Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und es ist ja etwas, wo man nicht immer gerne darüber spricht, weil es ist ja verbunden mit einem Schmerz oder manchmal auch mit einer Hilflosigkeit oder Unsicherheit. Und doch erlebe ich, dass Menschen eigentlich immer positiv reagieren, zu sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das sieht man dir gar nicht an. Und darum ist für mich wirklich mein Slogan extrem wichtig in meinem Leben. Ich bin nicht ein Opfer meiner Geschichte, sondern ich darf das Egen sein für andere Menschen. Und es ist immer wieder entscheidend, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich habe so viele gute Möglichkeiten, die Gott mich brauchen kann, gerade trotz dieser Behinderung. und das kam eigentlich ein riesiges Geschenk. Was du ja erfahren hast, ist, dass die Heilung nicht so, wie du dir das erwünscht oder erhofft hast, eingetroffen ist. Oder was macht das mit dir? Ich darf Gott vertrauen. Und, ähm, aus dem Vertrauen immer wieder die Kraft Gottes zu erleben. Ich denke, das ist ein riesiges Geheimnis. Ähm, die Heilung ist nicht eingetroffen, aber die steht für mich auch gar nicht mehr so im Vordergrund. Im Vordergrund steht viel mehr die Beziehung, wo ich zu diesem Gott leben kann, wo mir hilft im Alltag. der mich begleitet und mich unterstützt. Und, ich muss nicht aus der Leistung heraus glauben, dass er dann das macht, was ich mir vorstelle, oder was ich mir wünsche, sondern, ich darf in dieser bedingungslosen Liebe und Vertrauen mit ihm leben. Und, da steht für mich vor allem die Beziehung ganz stark im Vordergrund. Wenn wir Beziehung leben mit anderen Menschen, kann das Vertrauen wachsen. Und wenn ich die Beziehung mit Gott pflege, eine echte, wahre Beziehung mit ihm leben, dann wächst das Vertrauen zu ihm. Und dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie schwierig das zu leben ist. Sondern, da darf ich wissen, ja Gott ist dennoch da, und er wird das Beste daraus machen. Jetzt so rückblickend, was würdest du sagen, wie kann man so positiv oder hoffnungsvoll mit so einer Einschränkung umgehen? Und, was hat dir persönlich geholfen, und was möglicherweise weniger oder gar nicht? Also, was mir sicher sehr sehr hilft, ist auch, all die Menschen um mich umzuhören, die mich unterstützen, die für mich da sind, die mir die Hilfsbereitschaft anbieten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Einfach wissen, ja die müssen das wirklich ernst, die will mir wirklich einfach helfen. und auch im Wissen, sie werden auch in ihrer Form gesegnet, wenn sie mir helfen. Also, nicht so zu sehen, dass ich jetzt zur Last werde, sondern, wenn sie sich schon anbieten, mir zu helfen und zu unterstützen, darf ich auch Gott vertrauen, dass ein Sagen darf sein. Und, was ich wirklich einfach auch euch zusprechen möchte, ist, es gibt Situation in unserem Leben, die schwierig waren, aber wir haben die Möglichkeit, aus dieser Opferhaltung immer wieder rauszugehen. Im Wissen, das ist ein Gott, der sich unserer Not annimmt und der mit uns diesen Weg läuft. Was dann aber sehr sehr wichtig ist, ist auch, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und es zuzulassen, Menschen zu suchen, wo man seine Bedürfnisse auch deponieren kann. Weil ich glaube, dort fängt dann auch wirklich der Heilungsprozess an, wenn wir es zulassen, bedürftig zu sein, wenn wir es zulassen, der Zerbrochenheit Raum zu schaffen. Der Glaube kann Heilung geschehen, Gott reinkommen oder Gott die Menschen brauchen, um uns einen Zuspruch zu geben, der uns weiterhilft und uns neue Perspektiven gibt. Wie hat sich dein Glauben und deine persönliche Beziehung von Gott verändert, im Verlauf der Zeit und im Verlauf von dieser Krankheitszeit? Also wie ich schon vorher gesehen habe, glaube ich, ein grosser Schlüssel für mich war wirklich Vertrauen. Und das Vertrauen in einer anderen Form zu sehen, als ich etwas leisten muss, ich etwas zu machen, damit Gott genau das macht, was ich mir vielleicht vorstelle. In diesem Vertrauen leben, im Wissen, Gott macht es gut, er hat es im Griff. Er kann mit meiner Krankheit umgehen. Er hat es im Griff. Auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht habe, darf ich wissen, er kommt mit diesem Schlag. Er kommt mit mir. Und trotzdem gibt es ja sicher auch Momente, du hast es vorhin gesagt, wo du selber mit dir nicht zu schlagen kannst. Was gibt dir dann noch zusätzlich Halt oder Boden unter den Füssen? Also sicher meine Mitmenschen. Und was sicher auch ganz wichtig ist, mir selber auch immer wieder diesen Wert zuzusprechen. Und zu sagen, hey, du bist trotz allem wertvoll. Vor allem, wenn es peinliche Situationen gibt. Also, dann hat er manchmal schon mit mir eine Geschichte. Also, wenn ich jemanden grüsse und das ist dann schlussendlich nicht die Person gewesen. Oder es einfach sonst peinliche Situationen gibt. oder auch in Situationen, in denen man sich unsicher fühlt. Immer wieder den Zuspruch geben. Hey, Gott sieht dich als eine wertvolle Person. Du bist wertvoll. Also, das denke ich, das ist etwas, das sehr wichtig ist. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein riesen Schlüssel. Wenn ich dankbar bin für das alles, was ich noch kann, dann fokussiere ich mich auf das, was ich noch kann. Und nicht auf das, was ich nicht mehr kann. Und das empfinde ich auch als sehr wertvoll und sehr wichtig. Wenn man dir so zulässt, merkt man, dass dir die Menschen wichtig sind. Dass du nicht auf dich selber fokussiert bist. Oder eben Opfer von deinen Umständen bist. Sondern, dass du dir auch in andere Menschen investierst und auf sie zugehst. Wie hat die Krankheit noch verstärkt zu dem geführt, dass du dich eben auf andere Menschen, auch gerade auf junge Leute einlässt und mit ihnen weg gehst? Also, ich finde, dass wir in der Zeit in Leben, wo sehr viele junge Menschen nach Sinn und Wert suchen in ihrem Leben. Und ich habe einfach einen Wunsch und eine Sehnsucht, vor allem an der jungen Generation, einfach diesen Sinn immer wieder zuzusprechen und darauf aufmerksam zu machen, dass Gott allein da ist, wo Sinn gibt, wo Hoffnung gibt, wo Perspektiven gibt. Und im Unterwegssein mit Menschen sieht man auch, dass wir eben alle eine Grenze stossen. Und das geht genau in dem hin, in dem wir begegnen wollen. Auch unsere irgendeine Grenze kann er dann die Türen öffnen, wo wir auch wieder staunen dürfen und sehen dürfen, wie wunderbar der Gott ist. Und ich wünsche mir, dass mein Leben einfach ein Teil davon sein und unterwegs sein mit Menschen. Dass Menschen den Gott sehen und erkennen dürfen, der wirklich Wert und Sinn gibt. Wir kommen so in die Schlussphase hinein. Du bist ja Pastor und das spielt natürlich Gottesbeziehung eine Rolle. Und Gottesbeziehung, ich kann mich ja nicht loslösen, von der Bibel, die sich Gott darin ganz persönlich offenbart und zeigt und uns Sicht gibt über ihn. Und wo du ja auch den Gedanken von einem Leben, das wertvoll ist, trotz aller Einschränkungen, auch zum Ausdruck kommt. Und was für Texte haben die in deinem Leben begleitet? Es gibt vor allem, es gibt ganz viele Texte, aber ein Text aus der Bibel, der Psalm 121, ist wirklich ein Psalm, der mich über all die Jahre begleitet hat. Und sie vor allem die ersten Versen, der Urs heute Morgen schon mal vorgelesen hat, die mich immer wieder begleitet, die mich auch immer wieder stärken. Und was ist für dich so die Lebensperspektive, die dir hilft in deinem Leben? In deinem Leben, eben auch in den Herausforderungen von deinem Alltag drinnen zu bestehen? Zu wissen, es ist ein Gott da, der mich führt und leitet. Und so, wie es auch in diesem Psalm beschrieben ist, er ist der Hüter von meinem Leben. Er schaue, dass ich nicht staupere. Und das ist für mich bildhaft wirklich so, aus sehr behinderten Personen wirklich etwas, das mich begleitet. Ich kann mich wirklich staupere. Im Wissen, Gott hat mich, er trägt mich. Er schläft nicht. Er sieht mein Leben. Und das ist etwas vom Wertvollsten, einfach zu wissen, er führt und leitet. Ein ganz herzlichen Dank, Matthias, für deine Offenheit, wie du uns mit hineingenommen hast, in eine Herausforderung im Leben, die nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist, sondern immer auch, wie die Kraft und Energie von dir fordern. Und wie du einen Weg darin gefunden hast und ein wertvolles Leben führst. Und ich glaube, das hat auch für uns, und macht auch etwas mit uns selber, was eine Perspektive gibt. Was hättest du vielleicht noch konkret für einen Zuspruch an uns alle, den du uns mitgeben möchtest, gerade vor dem Hintergrund von deinem eigenen Leben und erleben? Psalm 37, Vers 5 ist ein weiterer Vers, der mich wirklich jeden Tag begleitet. Und dort steht, Befehle dem Herrn deine Wege und Vertraue oder in anderen Übersetzungen hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen oder er wird handeln. Und ich finde das so ein starkes Wort, das Gott uns hier gibt, Zuspruch. Du darfst dein Leben deinem Gott anvertrauen. Trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen dürfen wir ihm vertrauen und er wird handeln. Er wird das Beste daraus machen. Und das wünsche ich mir für dich, dass du immer wieder in dieser tiefen Beziehung mit Gott darfst entdecken, dass du ihm voll vertrauen kannst und dass er in deinem Leben immer wieder Hoffnung und Perspektive schenkt, die dich ermutigt und die dich trägt. Ein ganz herzlichen Dank, Matthias, dass du heute hier bist und dass du uns Einblick hast gegeben in dein Leben. Du bist wirklich eine Ermutigung für uns alle. Und ich denke, das ist noch ein Applaus. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals.